Nach diesem Video könnt ihr dann mit Exponenten n Element z rechnen. Bisher haben wir immer nur mit Exponenten gearbeitet, die natürliche Zahlen waren. Jetzt wollen wir mit Exponenten arbeiten, die ganze Zahlen sind. Dazu wollen wir die Potenz a hoch n für alle ganzen Zahlen n definieren. Schauen wir uns hierfür das Fenster, welche Zahl ist 2 hoch minus 3 an. Wir wissen ja, 2 hoch 4 ist 16. Wenn wir aber 2 hoch 4 jetzt durch 2 dividieren, dann erhalten wir 2 hoch 4 ist ja 2 mal 2 mal 2 mal 2. Und das dividiert durch 2 ist dann 2 mal 2 mal 2, also 2 hoch 3. Und das ist genau 8. Wenn wir jetzt wieder durch 2 dividieren, reduziert sich unser Exponent wieder um 1, da wir durch die Basis dividieren. Somit erhalten wir 2 hoch 2 und das ist 4. Und dividieren wir noch ein drittes Mal durch 2, dann erhalten wir 2 hoch 1 und das ist genau 2. Ihr seht jetzt links von dem, was ich gerade aufgeschrieben habe, ein Muster, wo ihr immer durch 2 dividiert. Versucht dieses Muster fortzuführen bis zur Potenz 2 hoch minus 3. Drücke dazu auf Pause. Sehen wir es uns an. Wenn wir das fortführen bis zur Potenz 2 hoch minus 3, erhalten wir folgendes Muster. Starten wir bei 2 hoch 1. Nun dividieren wir 2 hoch 1 durch 2 und erhalten somit 2 hoch 0. Wenn wir 2 hoch 0 wieder durch 2 dividieren, erhalten wir 2 hoch minus 1. Nämlich immer, wenn wir durch eine Potenz durch ihre Basis dividieren, dann müssen wir den Exponenten um 1 reduzieren. Somit erhalten wir auch, wenn wir 2 hoch minus 1 durch 2 dividieren, 2 hoch minus 2. Und wenn wir das nochmal durch 2 dividieren, 2 hoch minus 3. Aber welche Werte haben jetzt diese einzelnen Potenzen? Wie groß ist 2 hoch minus 3 zum Beispiel? Versuche dazu, die nachfolgenden Aufgaben zu lösen und deren Werte zu ermitteln. Ich würde dir raten, bei 2 hoch 1 anzufangen, da wir ja wissen, wie groß das ist. 2 hoch 1 ist ja 2. Und nun dividiere immer durch 2. Drücke dazu wieder auf Pause und berechne die Werte der einzelnen Terme. Sehen wir es uns wieder gemeinsam an. 2 hoch 0 ist ja jetzt genau 2 hoch 1 dividiert durch 2. 2 hoch 1 war aber 2 und 2 hoch 1 dividiert durch 2 ist somit 1. 2 hoch minus 1 ist jetzt nichts anderes als 2 hoch 0 dividiert durch 2. Und 2 hoch 0 war ja 1. Wenn wir jetzt 1 durch 2 dividieren, dann erhalten wir 0,5. Bei 2 hoch minus 2 können wir jetzt dasselbe verwenden. Das heißt, wir schreiben 2 hoch minus 2 als 2 hoch minus 1 dividiert durch 2 an. Hier können wir den Bruch auseinanderziehen. Und 2 hoch minus 1 war nun genau 1 dividiert durch 2. Das haben wir ja vorgerade gesehen. Nun haben wir 1 dividiert durch 2 mal 1 dividiert durch 2. Und das ist 1 dividiert durch 2 hoch 2. Und das ist dann 0,25. Wir erhalten 0,25 auch indem wir 0,5 durch 2 dividieren. Also den Wert der Potenz 2 hoch minus 1 durch 2 dividieren. Dann erhalten wir den Wert der Potenz 2 hoch minus 2. Schauen wir uns das letzte an. 2 hoch minus 3. Das ist jetzt nichts anderes als 2 hoch minus 2 dividiert durch 2. Wir können wieder den Bruch auseinanderziehen. Und erhalten somit 1 dividiert durch 2 hoch 3. Und das ist jetzt 0,125. 0,125 ist aber genau wieder 0,25 dividiert durch 2. Da wir ja von der Potenz 2 hoch minus 2 auf die Potenz 2 hoch minus 3 gelangen, indem wir durch 2 dividieren. Zum Abschluss habe ich ein kleines Rätsel für euch vorbereitet. Bitte überleg dir dazu, ist 2 hoch minus 100 größer oder kleiner als 0? Drücke am besten auf Pause. 2 hoch minus 100 ist größer als 0. Aber wieso jetzt? Beginnen wir bei 2 hoch 0. 2 hoch 0 ist ja 1. Somit ist es eine Zahl größer als 0. Wie kommen wir jetzt von 2 hoch 0 auf 2 hoch minus 100? Indem wir 100-fach durch die Zahl 2 dividieren. Da wir jetzt eine Zahl, die größer als 0 ist, 100-fach durch eine Zahl dividieren, die größer als 0 ist, erhalten wir eine Zahl, die größer als 0 ist. Und das notieren wir uns noch kurz. Also 2 hoch minus 100 ist größer als 0, da 2 hoch 0 gleich 1 ist. Und das ist ja größer als 0. Und wird diese Zahl 100-fach durch 2 dividieren. In diesem Video haben wir also gelernt, wie wir mit Potenzen arbeiten, die als Exponenten eine Zahl n Element z haben. Also eine ganze Zahl als Exponenten haben. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.